Hallo und willkommen zurück aus den HAPI Studios in Potsdam. Heute möchte ich euch unsere neue Webseite zeigen, mit der wir sehr bald live gehen werden. Design Thinking, das Original aus Potsdam. Hier findet ihr unser Design Thinking Package, das ihr erwärmen könnt. Also alle Videos, die wir jemals gedreht und produziert haben, befinden sich jetzt auf dieser einen Webseite, in diesem einen Produkt. Und dieses Produkt wird von uns kontinuierlich erweitert, mit immer neuen Videos. Es gibt dann hier ein Teaser-Video, was nochmal alles erklärt, das Package zusammengefasst. Dann beispielhafte Videos von Projekterfahrungen, die unsere Coaches gemacht haben, von der Teamarbeit, die wir gefilmt haben und die wir kommentiert haben. Und natürlich auch die Design Thinking Methoden, die wesentlichen Methoden, die für die Projektarbeit wichtig sind, als Schritt-für-Schritt-Anleitungen, sodass ihr mit euren Teams sie euch anschauen könnt und dann sofort in eurer Teamarbeit nutzen könnt. Die Testimonials fehlen noch und das HAPI Studios Magazin wird es weiterhin geben. Der zweite Reiter ist dann das eigentliche Produkt, das Design Thinking Package. Das könnt ihr hier kaufen und dann hättet ihr alle Videos freigeschaltet. Wie gesagt, immer neue Videos werden dort auch mit reingebracht werden. In der kostenlosen Vorschau gibt es erstmal nur ein paar Videos, die freigeschaltet sind zum Thema Beobachten. Und schon über Design Thinking hinaus zum Thema Story Map, beziehungsweise die Vorbereitung der agilen Entwicklung, die Arbeit hin zum MVP, in dem Falle hier mit Markus Günthert. Und da werden auch demnächst weitere Classes zugeschaltet werden, zum Thema Jobs to be done beispielsweise. Schauen wir mal hier rein, damit ihr einen Eindruck bekommt von den Classes. Zum Thema Beobachten, das fühlt sich so an wie eine Art, ja, Blogbeitrag. Man kann hier runterscrollen und sieht dann chronologisch verschiedene Methoden und dazu auch Projektbeispiele und Erfahrungen von den Coaches. Schauen wir mal in eins der Videos rein. Vor drei Jahren war ich Teil eines Teams in einem Verlagshaus für Schulbücher. Die große Frage, die über unseren Köpfen hing, war, was für digitale Lernangebote wir als traditionelles Verlagshaus bieten können. Und in unserem Team waren viele schon seit Jahren für den Verlag tätig. Man sieht also, die meisten Videos sind drei, vier, vielleicht acht Minuten lang, sehr kompakt, sodass man sie sich wirklich in der Projektarbeit direkt anschauen kann, um als Team gemeinsam zu entscheiden, mit welcher Methode arbeiten wir jetzt weiter. Das Neue daran ist, dass jetzt auch alle Inhalte auf Englisch verfügbar sind. Schauen wir mal in das gleiche Video rein, damit ihr einen Eindruck davon bekommt, was das bedeutet. Vor drei Jahren war ich... Vor drei Jahren war ich Teil eines Teams in einem Textbuchpublishinghaus. Die große Frage, die über unsere Hände hängen, war, was für digitale Lernangebote wir als traditioneller Publisher und auf unserem Team... Wir haben uns also entschieden dafür, dass wir selber nicht die Texte auf Englisch einsprechen, sondern dass wir Native Speaker Stimmen nehmen. Das hat sich in den Tests besser angefühlt. Gerade wenn man über 60, 70 Videos die Inhalte konsumiert, dann macht es einen Unterschied, dass man mit Native Speakern arbeitet. Und so haben wir auch die Möglichkeit, zukünftig die ganzen Videos, die Inhalte dann auch auf Französisch, auf Spanisch auch anzubieten, vielleicht sogar auf Chinesisch. Und so, ja, unsere Möglichkeiten einfach zu erweitern, was wir mit diesem Package machen können. Schauen wir noch auf die letzten Reiter. Das ist eben das Magazin hier auf Englisch beispielsweise. Das heißt, wir werden weiterhin regelmäßig und kostenlos Updates zu den Methoden und zu den Storys liefern, wo man dann sich informieren kann und auch dort natürlich auch immer wieder Videos finden wird, wie bestimmte Dinge funktionieren in den Projekten. Das war der Einblick in unsere Webseite, die sehr, sehr bald live gehen wird. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich freue mich auf euer Feedback. Wir hören uns.